Ich muss doch filmen! Hey, hast du gut, weil sie nicht schreit? Wenn ich nicht schreit, musst du es mir sagen. Ich wollte es wissen. Ich dokumentiere hier alles. Sie hat mich wieder reingeholt. Ich guck, kannst du es? Ich kann es in der Küche. Was? Ja? Ja? Ja, das ist nicht passiert. Nein! Ist der Gavachon? Das ist der Gavachon. Ich bin nicht sicher. Wenn du es weißt, musst du es uns sagen. Du bist ein bisschen. Ich bin ein bisschen nach. Baby. Okay, wir wollten nicht vor der Kampf. Nicht vor der Kampf. Oh, der, nur nicht hart. Dann ist doch noch da. Das war genau, der. Warum nicht haben wir alleine geschlafen? Ach, das ist doch. Ja, ich muss doch noch Wochen her. Ich musste besser sprechen, das ist nicht zu sagen. Du kannst doch natürlich nicht. Du musst gleich kommen zusammen in der Füße, du bist nicht zu gewissen, aber... Ich durfte es mir nicht erzählen. Ich durfte es mir nicht erzählen. Ich durfte es mir nicht erzählen. Okay, leider. Ich wollte nicht von dem ich habe. Warum? Der hat ein Schicksal, der war dann. Uh, ich wusste es. Du musst wüsste es. Warum brauche ich nicht? Ich meine, ich muss mal ja. Hey, Marika, ich bin tatsächlich von der Zeit. Halt, richtig. Halt, richtig. Halt, richtig. Halt, richtig. Halt, das wird sich verrückt. Ja, richtig. Mein Gott ist schon seit dem heute schon zu verknallen. Na ja, vielleicht war es ja sowas wie ein Abschiedsgeschenk. Warte, ist eigentlich zu schicken? Fass, es ist ein eine... Ja, fass ele die, das tut mir so laark, fass sie sich. Entiendes?